Hey Freunde, willkommen zurück zum OOT Randomizer Staffel 2, Randomer Karina. So, in der letzten Folge haben wir die Bomben erhalten, ja, Bomben. Und auch noch, äh, die Schleuder. So, nun wollen wir hier, was wollen wir überhaupt? Was wollte ich nochmal machen? Achso, genau. Ich wollte nochmal zurück zu den Soras. Das allerdings verschieben wir erstmal, weil wir dort sowieso nicht viel machen können, weil wir haben keine Flasche für Jogja Mijoppo. Deshalb gehen wir mal hier oben zum Todesberg. So. Wenn wir hier jetzt auch vieles machen können, ihr habt bestimmt viele für mich, oder? So, 120, das reicht für das Koronarmband. Das können wir auch schon vielleicht eine Trumpe verwenden. Ist da mehr das Kulturer hinter, wie sich das anhört? Ey! Bleib schon da liegen. Okay. Das ging ja aus. Ah, wunderbar, dass ich die Schleuder hab. Das hier habe ich leider immer noch nicht gefixt. Ich weiß, dass man das irgendwie wegkommt. Wegbekommt? Wegbekommt, ja. So, dann mach ich das mal dahin. Dass ich mich da hin. Bomben bleiben. Ich soll vielleicht auch mal speichern. Und hier kann man ja auch mal schauen. So, wir haben schon zwei Schlüssel für den Waldtempel. Ein Schlüssel für den Geistertempel. Ein Schlüssel für Breath of the Wild. Ne. Was ist denn das? Ach, Baden of the Wild. Ähm, der Grund ist Brunnen und ein... Äh, zwei Schlüssel... Ne, ich rufe noch im Training. Kann ich hier nicht mehr reden, oder was? So, ja, okay. Bam. Ach so, brauche ich. Wie komm ich da jetzt? Randverdannend. Hä? Ja. Ähm, ähm, ähm... Bäh? Was sind das für Grafik-Bugs hier? Das werde ich melden. Ich brauche unbedingt ein Stil. Es geht ein Dekoschild. Da oben ist eine Bombe. Bam. Hier machen wir erstmal auf. Ich glaube, das geht mit den normalen Bomben. Ja, sehr schön. Ich dachte, ich habe eine Bombe-Dekoschild. Äh, Dekobombe, genau. So, gehen wir gerade mal da rein. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. In Dodongos Höhle. Natürlich bin ich jetzt auf die Bomben angewiesen. Und wenn die leer sind, dann kann ich auch nicht dran viel machen. So. Das ist schön in Ruhe. So, Dodongos Höhle. Hier waren wir ja auch schon im... ...andern Dungeon. Äh, in der anderen Staffel. So, ich hoffe, hier ist irgendwas Bescheides drin. Mal wieder einen Schlüssel. Für den Schattentempel diesmal. Hallo? Sir? Was verkaufen Sie mir? Ein Dekoschild. Ja! Das nehme ich. Dankeschön. Okay. Oh Gott, dieses Mal wird das hier echt ein... ...Rumrenne, weil... ...es kann sein, dass das Schild verbrennt. Deshalb... ...gehe ich mit... ...gehe ich jetzt in den Dekobaum. Weil dort müssen wir jetzt nämlich eigentlich alles haben, um den... ...zu 100% abzuschließen. Weil wir brauchen... ...einerseits Bomben... ...für eine Skulptula. Dann das Dungeon-Item dort. Das ist ja eigentlich die Schleuder. Die haben wir auch. Und wir brauchen den Dekoschild für die ganzen... ...Dekoschilder da. Wir haben elf Skulptulas? Okay. Achso, ja. Okay, habe ich gerade vergessen anzuschalten hier. Wo ist mein Schild? Da. Sehr gut. Also, wir müssen jetzt erst einmal zurück. Gott sei Dank habe ich mein Schild. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Ocarina... ...und Zeldas Wegenlied. Dann komme ich eigentlich relativ gut zurecht, würde ich mal sagen. Dann habe ich auch eine Abkürzung zu sowas reichen. Weil ich muss ja immer durch den Hinteringang rein. Sprich, also beim Hylia-See muss ich rein. So, wenn ich vor Rückwärts gehen, erstmal schneller. Normalerweise ist man langsamer, wenn man rückwärts läuft. Ey, was mache ich eigentlich mit meinen ganzen Turbinen? Ich wollte mir das Geronenarmband kaufen. Weil der Erwachsene Link nämlich nicht mal ohne das Geronenarmband... ...diese Blöcke verschieben kann. Ganz normale Blöcke kann ihn nicht verschieben, wenn man das Geronenarmband nicht hat. Obwohl es eigentlich so vom Spiel vorgesehen ist... ...und es eigentlich gar nicht anders geht. ...das machen und das Geronenarmband überhaupt wachsen wird. Ja, was machst du denn? Ich hätte auch einfach durch die Dongos... Äh, danke dich. Äh, die... Du kannst ja nicht mehr reden. Durch... Goronia, so heißt es. Äh, durch Goronia kann ich einfach zum Wald gehen. Das ist mir jetzt eigentlich erst aufgefallen. Aber na gut. So kann ich hier wenigstens noch... ...ein bisschen Geld einsammeln. Einen Rubin. Das ist sehr viel. Ja, das sind... ...20.000 Millionen Euro. Au, ey. Was hat das gerade so gelegt? Unfair. Dann kommen gleich die nächsten. Was mach ich denn hier überhaupt? So. Hallöchen. Ich hab schon wieder kein Geld, aber bin mal wieder hier. Das ist wunderbar. So, Deko-Bau. Ich hab mein Schild. So, aktiviere ich das. Oh nein, da kannst du die Attacke machen. Noch ein paar Deko-Stäbe, die ich auch mal wieder brauche. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ist ja kein Missgolk. Ja, oder? So. Hallöchen. Ja, dann kann ich jetzt hier oben lang. Damit Nabi jetzt auch endlich mal Ruhe ist. Ich mach mir hier kurz ein Safe-State. Hier oben eigentlich auch nochmal hin. Hier sind wir ja nicht weitergekommen. Das Deko fühlt mich an. So, Sir. Ey, Sir. Was ist das denn ernst? Jetzt aber. Genau. Hier kannst du jetzt eigentlich auch einfach rüber. So, und hier haben wir drin die Ocarina. Ein Herzteil. Sag dich doch. Hier oben ist auch noch was. Nicht vergessen. Alles mitnehmen. So, hier ist drin die Ocarina. Ein Herzcontainer. Dankeschön. Aber ich will die Ocarina haben. Das ist hier invertiert. Das muss ich erstmal drauf achten, ey. Au. Ich muss mal ganz kurz da oben schauen. Da haben wir doch eigentlich alles mitgenommen, oder? Da über die Karte sehen. Oh Gott, das ist halt so viel Stockwerk. Genau, da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Werden da überhaupt Truhen angezeigt? Aber, ja, ich denke mal, dass wir hier oben alles haben müssten. Deshalb müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach unten. Da haben wir bald schon den ersten Dungeon hier abgeschlossen. So, dann nehme ich gerade hier oben die Skulptula noch. Die ist ja direkt hier. Weiter oben. Sehr schön. Zwölf. Ich tippe mich gerade mal hier ein. Äh, was war das denn gerade? So, da drin sind wir ja auch nicht weitergekommen, weil er auch wieder so ein Dude ist. So, du. Ey, 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 Sir. Sir. Was ist denn heute los? Was? Trendy. Was? Das war doch gerade das Rätsel da. Also, ja. Ja, war später halt. Okay, aber ich glaube, ich kenne das selbst noch. Also, keine Sorge. Ach, genau. Jetzt sind wir hier. Da muss man doch eigentlich da runter. Aber ich kann da einen kleinen Trick. Oh, nein! Oh, 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 oh. Ey, ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? jetzt aber hallo was ist denn mit einem hey jetzt müssen wir sagen dass ich das teil verschieben soll das brauche ich nicht hier brauchen doch schiebte erst so schnell okay da haben wir das mal vereinfacht ich dachte das wäre wegen dem gronen armband aber jetzt haben wir das ja nicht wo läufst du denn da ist das hier ist das nicht kommt jetzt erst noch genau das ist der raum du bist erst mal tot hier gibt es mir nichts ist denn zum glück jetzt feuer zu holen hier eine bombe hin so und da müsste eine skulptur drin sein äh so eine skulptur magie gibt es nicht ach da oh ne jetzt komme ich da nicht ran oder das ist doch nicht wahr diesmal kann ich nicht einfach hochblättern und nee ich krieg sie nicht auch das ist doch nicht wahr ich dachte ich kann das jetzt zu 100 prozent abschließen habe ich irgendwas dabei was ich womit ich das fangen kann die werde ich doch sehr vergessen ich kann was da brauchen wir doch nochmal feuer Ach nee, ey, die sind ja schon wieder da. Au. Ey, komm, ich sehe hier nicht mehr. Ey. Hallo. Schau doch, schau den doch an. Ich hab hier gleich noch alles. So, jetzt müssen wir ja wieder zurück in den anderen Raum da kommen, ne? Genau. Hier erstmal die Abkürzung schaffen. Schau den doch an. Ach so, da muss ich ja jetzt sogar hin. Geht das nicht einfach von hier? Ne. Ey, warum kommt denn jetzt in fast in jeder Volk mein Antivirenprogramm? Kann das nicht sein. Lass mich hoch. Blech. Nein. Oh, wir sind ja schon vom Boss. Okay, hier sind noch mal Herzen. Die brauch ich jetzt nicht. So, ich weiß es nicht mehr. Wie ging das nochmal? Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Oder? Ist das noch richtig so? Ja, oder? Ey, komm her. Ja. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Hab ich doch gewusst. So, jetzt ist Boss-Time angesagt, Freunde. Jetzt kommt ja diesmal auch kein Herzcontainer, ne? Ich hab die nicht mal angeschaut. Syrin, was ist denn los? Hä? 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 Ich hab doch geschossen. Jetzt aber. Ey, schau die doch an. Hey. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Das Telt spinnt irgendwie. Der Telt spinnt. Höhöhöh. So geht das. Ey, warum denn nicht im First Ride? Hey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah. So. Und tot. Sowas ist mir bei Goma noch nie passiert. Und was gibt die uns jetzt? Die Operina. Ein Boss-Key für... Für wen ist es nicht? Für wo ist denn das? Für den Feuertempel. Okay. Und was kriege ich jetzt hier? Welches Amulett? Okay, den Cookie-Rismarakt. Ganz klassisch. Kann ich leider nicht anklicken. Lass mich raus. Ja, ich weiß, der ist tot. So. Was habe ich jetzt bekommen? Eigentlich nix. Dann gehen wir gerade durch die verlorenen Wälder. Dann komme ich ja zu... Äh, Ding. Ich verlaufe mich immer wieder. Oh, wieder. Schreiten bei mir da draußen so. Es läuft immer besser. Oh, bin der falsche Weglaufen. Ah, ich bekomme sie gerade durch noch ein Item. Und zwar hier. Langsam fange ich an. Was? Achso. Oh, was bin ich mit des Waldes? Dankeschön. Aber ich kann es ja leider nicht spielen. So, wie ist das, ne? Was ist das da? Wie wäre es mal mit neuen Bomben? Ein Loch, das ich mal wieder nicht sehen kann. Und mal wieder hier der gleiche Raum. Bitte. Eine Flasche. Ein paar Pfeile. Okay. Danke. Pfeile hätte ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen können. Aber gut. Gut. Braucht das Corona-Armband? Unbedingt. Hallö. Da komme ich leider nicht rein, ne? Aber hier komme ich rein. Also. Bisschen weiter weggehen, weil da ist gleich eine Kettenreaktion. Ah, der verkauft mir ein Deko-Schild. Das ist gut zu wissen. Für 40 Robine. Auch das ist aber günstig. Ah, dem kann ich das... Da habe ich endlich aber eine Flasche, oder? Hoffe ich doch mal. Der Geister-Tempel schon wieder. Ja, das nehme ich doch direkt mal. Alles klar. Dann nehme ich das halt nicht. Dann nehme ich gar nichts. Dann schreibt das noch dazu, dass man da noch eine Flasche benötigt. So, da komme ich nicht rein. Da brauche ich das Wiegenlied. Und die Aquarina. Das heißt, ich komme schon mal nicht zum Todeskrater. Das wiederum bedeutet, ich komme nicht zum Feuertal. Es sei denn, ich finde die Aquarina und... ...den anderen dort. Irgendwann ist dieser Fette, ne? Das bringt, glaube ich, nichts. So, es sind da nicht mal Bomben drin. Hier, ich brauche Bomben. Bomben, Mann. Tschüss. Ich glaube, das bringt auch nichts, oder? Da gehe ich lieber mal. Lieber nicht lange, ich würde eine Bombe nicht verschwinden. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Hier kann ich... ...ecklich... ...mich finde ich es, Mann. Achso, ich muss auch... ...hier das Dekoschild mal... ...anklicken. So, hier muss ich jetzt schnell sein. Ah, ja, sehr gut. Und hier haben wir eine Bombe. Dankeschön. Sind die endlich mal wieder voll? Da, lauf. Da, lauf. Glöschön. Und tschüss. Kommt hier, ne, verdammt. Der versucht ja immer... Hallo, ich habe unten aufgemacht, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. So, hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen frei machen, damit ich da hochkomme. Oh, so komme ich in den Todesgrad rein, ne? Das ist schon mal ein... Äh... 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 Das ist doch nicht wahr. Jetzt aber. Perfektes Timing und... 1... 2 die gar nicht runter. Jetzt muss ich erstmal da durchkommen, ne? Ah, nee, noch ist der... Oh, doch. Äh... 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 mich scheinen was hätte ich da tun sollen ja wo komme ich wieder raus ich habe mich gesehen hier sind auch noch mal bomben drin warum höre ich die ganze zeit eine kuh hallo bist du jetzt auch noch zu dumm zum springen anscheinend schon hier ist auch noch oder war das jetzt hier ich habe mal wieder ab okay ich renne da jetzt hin moment hier weiß ich noch was oder genau nicht so das war's ein schlimmster albtraum so hier ist ja die feen quelle drin ja allerdings ich habe eine bombe da rein schmeißen vielleicht beschwert sie sich dann ja ich habe gerade mal hier rein die kriege ich nicht kaputt ne das sind die für den hammer die ocarina bitte wie oft bekomme ich eigentlich noch solche kleinen schlüssel oder eine flasche gibt mir eine flasche die brauche ich auch das ist ja auch irgendwas das ist ja auch das ist ja da will ich lass mich runter was wasser so nein was hatte der Ah, nicht schon wieder, ey. Vielleicht sterb ich lieber. Wir sind hier drin. Aha. So, 13. Bam. Okay, dann gehe ich erstmal hier raus. Und, Freunde, würde ich erstmal sagen, das war's dann von dieser Folge. Du darfst mich jetzt gerne mitnehmen. Wenn du willst. Wo soll ich denn jetzt eigentlich stehen? Weiß ich gar nicht. Ja, aber komm, du kannst es mal mitnehmen. So, von. Okay, dann war's das erstmal. Was wir in der nächsten Folge machen werden, weiß ich nicht. Eventuell werden wir zurück zu sowas reich gehen. Eventuell. Werden wir aber auch... Ich weiß es nicht. zu Gerude stattgehen. Wenn das alles nicht funktioniert, dann werden wir uns verwandeln. Ja. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Vielleicht noch Zelda. Random or Karina. Bis zum nächsten Mal. Bis dann noch rein. Und schau. Da für zwei. 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 Da für zwei.